Hey zusammen, Togi hier. Was ist die beste Powerstation? Diese Frage bekomme ich sehr, sehr häufig und, tja, wie soll ich sagen, die gibt es nicht. Wie du allerdings jetzt für dich und deinen speziellen Anwendungsfall die beste Powerstation findest, das zeige ich dir heute. Ich teste nun mittlerweile über drei Jahre die verschiedensten Powerstationen, habe eine Facebook-Gruppe mit über 22.000 Mitgliedern zum Thema und bekomme die individuellsten Nutzungsprofile von Powerstationen tagtäglich mit. Aus diesem Grund habe ich diesen Leitfaden hier erstellt, mit der Hoffnung, dass du am Ende ganz genau weißt, welche Powerstation für dich die richtige ist. Für alle die Leute, die das Video vor dem 28. November 2022 sehen, für euch gibt es zurzeit die Black Friday Week Angebote. Alle möglichen Powerstationen, die ich euch hier gezeigt habe und noch viele weitere sind zurzeit stark reduziert und alle Angebote habe ich euch wie immer auf meiner Webseite zusammengefasst. Link findet ihr unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Für alle die, die das Video jetzt nach dem 28. November sehen, seid nicht traurig, auch für euch gibt es dicke Rabatte. Schaut dafür einfach auf meiner Webseite vorbei www.mr-togi.de-rabatte und dort gibt es das ganze Jahr über sehr gute Rabatte von meinen Partnern und die entsprechenden Links zu den empfohlenen Powerstationen dazu. Später im Video gehe ich auf alle aktuellen Modelle nochmal etwas genauer ein, von ganz klein bis ziemlich groß. Doch jetzt gebe ich euch erst einmal eine Einleitung in die signifikanten Unterschiede von Powerstationen. Es war gar nicht so einfach, alle Faktoren irgendwie herunterzubrechen, aber insgesamt habe ich fünf wesentliche Unterschiede gefunden, die ihr beim Kauf auf jeden Fall beachten müsst. Nummer eins ist die Kapazität. Die Kapazität beinhaltet im Grunde genommen die Energie einer Powerstation und bestimmt letztendlich, wie lange ihr eure Geräte an einer Powerstation betreiben könnt. Die Kapazität einer Powerstation wird in Wattstunden angegeben. Nummer zwei ist der Wechselrichter. Der Wechselrichter ist ein Bauteil in jeder Powerstation und macht letztendlich nichts anderes, als aus der Batteriespannung eine 230 Volt Wechselspannung zu machen, ähnlich wie ihr es zu Hause aus der Steckdose kennt. An der Steckdose zu Hause könnt ihr allerdings jedes Gerät anschließen. Bei Powerstationen gibt es da einen großen Unterschied. Bei kleineren Powerstationen hat man einen kleineren Wechselrichter in der Regel, bei größeren Powerstationen einen leistungsstärkeren. Die Leistung des Wechselrichters wird in Watt angegeben, nicht zu verwechseln mit der Kapazität von Wattstunden. Nummer drei ist die Akkutechnologie. Sie entscheidet letztendlich über die Lebensdauer einer Powerstation und wirkt sich erheblich aufs Gewicht der Powerstation aus. Nummer vier ist die App-Steuerung. Manche Powerstationen können über eine Smartphone-App gesteuert werden, andere wiederum nicht. Nummer fünf, Erweiterungsfähigkeit. Einige Powerstationen sind bis zu einer sehr hohen Kapazität erweiterbar. Dafür gibt es sogenannte Zusatz-Akkus oder Erweiterungs-Akkus, die an einer Powerstation angesteckt werden können. Meistens sind das die größeren Powerstationen und die können bis einer Kapazität bis teilweise 13 Kilowattstunden, also 13.000 Wattstunden erweitert werden. Dann hat man allerdings auch einen sehr großen Turm an Powerstationen dastehen. Das waren die fünf Unterschiede im Schnelldurchlauf. Auf einige Punkte möchte ich jetzt nochmal etwas genauer eingehen. Um die Leistung einer Powerstation jetzt besser verstehen zu können, müsst ihr auf jeden Fall den Unterschied zwischen Watt und Wattstunden kennen. Watt ist der momentanen Verbrauch eines Gerätes, also das, was das Gerät jetzt in diesem Moment verbraucht. Und Wattstunden ist der Verbrauch, den ein Gerät innerhalb von einer Stunde verbraucht. Ein Beispiel, eine 10 Watt Glühlampe verbraucht im Moment 10 Watt, ist sie aber über eine Stunde an einer Powerstation angeschlossen, verbraucht sie in dieser einen Stunde 10 Wattstunden an Kapazität der Powerstation. Bleiben wir auch gleich beim Thema Glühlampe. Gehen wir von dieser 10 Watt Glühlampe aus. Diese könnt ihr an einer 1000 Watt Powerstation ungefähr 100 Stunden betreiben. Allgemein könnt ihr euch bei Powerstation merken, je größer die Powerstation, je schwerer sie ist, umso mehr Leistung hat sie. Die Leistung bezieht sich hierbei aber nicht nur auf die Kapazität in Wattstunden, sondern auch auf den Wechselrichter, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Der Wechselrichter wird, kann man sich so ungefähr merken, immer leistungsstärker, je größer auch eine Powerstation wird. Aber Achtung, ein Wechselrichter hat einen Eigenverbrauch. Das ist nicht wie zu Hause, wo an einer Steckdose permanent der Strom anliegt. Hier muss man den Strom sozusagen an der Steckdose erst aktivieren. Und sobald man diesen aktiviert, verbraucht die Elektronik im Inneren Strom. Auch hier wieder die Faustformel, je größer die Powerstation, je leistungsstärker der Wechselrichter, umso höher ist auch sein Eigenverbrauch. Ein kleines Beispiel an dieser Stelle, Wollt ihr einen kleinen Verbraucher, wie zum Beispiel wieder diese 100 Watt Glühlampe, an einer kleinen Powerstation betreiben, sagen wir 1000 Wattstunden, kann es sein, dass diese Glühlampe an einer 1000 Wattstunden Powerstation exakt genauso lang leuchtet, bis sie leer ist, wie auch an einer großen Powerstation mit 2000 Wattstunden. Einfach, weil der Eigenverbrauch einer großen Powerstation größer ist als von einer kleineren. Über diesen Fakt solltet ihr euch auf jeden Fall vorher Gedanken machen, was ihr an einer Powerstation betreiben möchtet und vor allem auch wie lang. In den letzten Monaten hat sich eine neue Akkutechnologie durchgesetzt. Aktuelle Powerstationen, beziehungsweise auch vergangene Powerstationen, wurden noch mit dem sogenannten Lithium-Ionen-Akku gefertigt. Den kennt jeder von euch aus einem Smartphone, Laptop und anderen elektronischen Geräten. Der Lithium-Ionen-Akku hat einen sehr großen Vorteil und zwar hat er eine sehr hohe Energiedichte. Das heißt, bei einer gewissen Größe X und bei einem Gewicht Y hat er eine gewisse Kapazität in Wattstunden. Der Nachteil dieses Akkutyps ist dann aber leider die Lebenszeit. Ein Lithium-Ionen-Akku hat ungefähr eine Lebenszeit von 800 Ladezyklen. Ein Ladezyklus ist immer von 0% bis 100% und wieder von 100% auf 0%. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr eine Powerstation mit zum Beispiel 1000 Wattstunden 800 Mal von 0 auf 100% aufladet, dann hat diese Powerstation nach 800 Ladezyklen nur noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität, also keine 1000 Wattstunden mehr, sondern nur noch 800 Wattstunden. Und genau an dieser Stelle kommt Lithium-Ionen-Phosphat-Akkus ins Spiel. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie eine maximale Zyklenzahl von 3000 Zyklen haben, bis sie 80% ihrer Kapazität erreichen. Allerdings haben diese Akkus auch wiederum einen Nachteil und zwar haben sie nicht so eine hohe Energiedichte wie ein Lithium-Ionen-Akku. Also ein kleines Beispiel, eine 2000 Wattstunden Powerstation mit einem Lithium-Ionen-Akku wiegt ungefähr um die 21-22 Kilo. Eine Powerstation mit Lithium-Ionen-Phosphat-Akku, also Lithium-Ionen-Phosphat-Akku wiegt bei gleicher Kapazität, also 2000 Wattstunden, ungefähr 31-32 Kilo. Also locker nochmal 10 Kilo mehr. Hier müsst ihr jetzt entscheiden, was euch an dieser Stelle wichtiger ist. Dafür empfehle ich euch, das einfach mal auszurechnen, wie ihr eure Powerstation unter Umständen nutzt. Wenn ihr sie wirklich nur fürs Camping nutzt, sagen wir mal ein halbes Jahr lang, alle 3, 4, 5 Tage mal aufladen, dann kommt ihr mit eurer Powerstation 8 bis 10 Jahre hin. Also locker die ganze Lebenszeit einer Powerstation. Bei einem Lithium-Ionen-Po 4 Akku macht es wirklich nur Sinn, wenn ihr das Gerät tatsächlich täglich im Einsatz habt, 365 Tage im Jahr, dann könnt ihr euch entscheiden, okay, ich nehme das größere Gewicht und das größere Packmaß in Kauf und nehme lieber eine Powerstation mit Lithium-Ionen-Po 4 Akku. So, und damit habt ihr erst einmal die 5 signifikanten Unterschiede einer Powerstation an der Hand und könnt damit euch erst einmal informieren, welche Powerstation für euch in Frage kommt. Natürlich gibt es noch viele, viele weitere Unterschiede, also kleinere Details, wie zum Beispiel Anzahl USB-Anschlüsse. Hat sie USB-C oder nur USB-A? Wie groß ist der Wechselrichter? Da gibt es noch eine kleine Lampe mit dran. Wie laut ist die Powerstation? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber da das alles jetzt den Rahmen sprengen würde, habe ich natürlich für nahezu jede Powerstation, die ich hier stehen habe, ein Review, also einen ausführlichen Testbericht auf meinem YouTube-Kanal, wo ich genau auf diese Details eingehe. Wenn euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in meine Playlist Powerstationen und Solargeneratoren vorbei. Ich habe sie euch hier oben einmal verlinkt, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung und sucht euch die Powerstation raus, die euch am meisten interessiert. Viele der Powerstation-Tests gibt es auch auf meiner Webseite www.mr-togi.de einmal zum Nachlesen, wer lieber liest anstatt Videos schaut. So, und jetzt sind wir mit dem theoretischen Wissen erstmal grob durch und wir schauen uns mal die Powerstation, die ich jetzt hier stehen habe, etwas genauer an. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht alle aktuellen Modelle hier stehen, nur ein paar vereinzelte aktuelle, weil nahezu alle 1-2 Monate ein neues Modell auf den Markt kommt und so schnell komme ich gar nicht hinterher mit Testen. Aber ich habe von der kleinsten Powerstation bis zu einer relativ großen Powerstation sehr viel da und wir können auf alle Modelle mal der Reihe nach eingehen. Kleiner Reminder an dieser Stelle, zu allen Powerstationen, die ich euch hier vorstelle, beziehungsweise auch die in Zukunft noch kommen werden, findet ihr unten in der Videobeschreibung die Links dazu und die passenden Rabatte, die ich für euch ausgehandelt habe. In den letzten Jahren haben sich so gängige Größen durchgesetzt. Wir fangen einfach bei den kleinsten an. Hier unten, da sind wir bei ungefähr 250 Wattstunden. Das variiert immer mal so ein kleines bisschen nach oben und unten, aber so im Schnitt 250 Wattstunden. Danach haben wir die 500 Wattstunden Powerstation. Dann kommen wir in die Region 1000 Wattstunden Powerstation. Da steht auch noch genau diese hier, ist ebenfalls 1000 Wattstunden. Und dann kommen wir zu den ziemlich großen, die dann auch schon sehr schwer werden. Hier haben wir ein aktuelles Beispiel an der Anker 767, eine Lithium-Eisenphosphat-Powerstation mit 2000 Wattstunden und besagten 32 Kilo. Hier unten seht ihr jetzt wahrscheinlich schlecht, dass die Jackery 2000 Pro ebenfalls mit 2000 Wattstunden, allerdings nur um die 20 Kilo, nicht 2 Kilo. Ja, und so geht das halt der Reihe nach nach oben. Es gibt auch noch deutlich größere Powerstationen bis 3600 Wattstunden. Und dann gibt es eben die besagten Erweiterungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch bei der Anker 767. Hier gibt es noch einen Erweiterungsakku dazu. Bei EcoFlow genau das Gleiche. Dort gibt es auch Erweiterungsakkus bis 6 kW und auch noch viel größere Powerstationen. Also nach oben hin gibt es da aktuell anscheinend gar keine Grenze mehr. Ich habe mich auf Powerstationen bis 2000 Wattstunden jetzt erst mal spezialisiert. Zu meiner Rechten seht ihr jetzt ein neueres und ein älteres Modell. Wir haben hier die etwas ältere Jackery Explorer 240. Ist eine, ich nenne sie immer ganz gerne Handtaschen-Powerstation. Sie ist halt wirklich sehr leicht und sehr transportabel. Wofür ist sie geeignet? Eigentlich nur für so kleinere Aufgaben wie für einen Strand zum Beispiel. Ihr macht einen Strandausflug, möchtet eine Kompressor-Kühlbox mitnehmen und wollt aber über 24 Stunden eure Kühlbox damit betreiben. Oder für einen kleinen Campingausflug zum Beispiel. Oder Männertag. Ihr braucht frisches und kühles Bier. An einem Männertag ist diese Powerstation für einen Tag perfekt geeignet, sofern ihr eine Kompressor-Kühlbox daran anschließt. Ansonsten ist hier nichts weiter dazu. Man hat zwei USB-Anschlüsse. Wir haben sogar einen 230 Volt-Anschluss mit dran mit bis zu 200 Watt. Ihr seht schon, 200 Watt ist nicht viel. Da kann man vielleicht mal einen Lockenstab oder wie gesagt schon eine Glühlampe anschließen. Aber größere Geräte wie einen Föhn oder eine Herdplatte oder sowas funktioniert mit so kleinen Stationen halt nicht. Dafür braucht man dann wirklich schon was deutlich Größeres. Die älteren Powerstationen haben jetzt noch den Nachteil, dass sie nicht schnell ladefähig sind. Hier ist noch ein externes Netzteil dazu zu dieser kleinen Powerstation und sie braucht halt sechs bis acht Stunden, ehe sie voll geladen ist. Das ist mittlerweile, kann man fast schon sagen, ein Auslaufmodell, denn alle aktuellen Powerstationen sind mittlerweile schnell ladefähig. Also innerhalb von einer Stunde oder anderthalb Stunden sind die voll geladen. Da kommen wir dann auch schon zum aktuellen Vergleich sozusagen, zur Checkery. Hier haben wir die EcoFlow River 2. Eine ganz aktuelle Powerstation kam jetzt erst vor ein paar Wochen, kann man sagen, raus. Wir haben USB-Anschlüsse, wir haben schon einen aktuellen USB-C-Anschluss. 12 Volt Zigarettenanzünder haben nahezu alle Powerstationen, um zum Beispiel eine Kühlbox dran zu betreiben. Und diese hier hat zum Beispiel auch eine App-Steuerung, Schnellladefunktionen und einige andere coole Features. Auch hier wieder die gleiche Empfehlung wie bei der Line Checkery. Für einen Spontanausflug, für einen 24-Stunden-Ausflug, für einen Männertag etc. ist halt so eine Powerstation perfekt geeignet. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat nur USB-Geräte zum Laden, kommt man natürlich auch deutlich länger mit dieser Powerstation hin. Das wäre jetzt wirklich nur ein Beispiel einer Kompressor-Kühlbox, die macht die Powerstation ungefähr in einem Tag leer. Handys über Tage, Wochen wahrscheinlich sogar. Also relativ lang. Die doppelte Größe haben wir jetzt hier in der Mitte stehen. Explorer 500, wie gesagt, gleiches Thema, wieder etwas älteres Modell. Nicht schnellladefähig, aber ansonsten USB-Anschlüsse, 500 Watt Wechselrichter, 12 Volt Ausgang, alles was man so braucht. Keine App-Steuerung, Griff zum Tragen obendran. Ist auch noch relativ gut transportabel, muss ich sagen. Ja, hier dran könnt ihr eine Powerstation, nein, eine Kompressor-Kühlbox beispielsweise, zwei Tage bis 2,5 Tage betreiben. Das ist zum Beispiel wieder ganz cool für so Anwendungen wie im Mikrocamper. Ihr habt euch euren Kombi oder einen kleinen Caddy zum Mikrocamper ausgebaut, habt nicht viel Platz zur Verfügung, wollt aber trotzdem kühle Getränke dabei haben und euer Handy laden. Dafür ist so eine 500 Wattstunden Powerstation wirklich ideal geeignet. Darunter sehen wir wieder das aktuelle Modell von EcoFlow, EcoFlow River 2 Max. haben wir dann in diesem Fall wieder mit App-Steuerung, USB-C, bis zu 1000 Watt Wechselrichter, beziehungsweise 500 Watt Wechselrichter. Ist so eine X-Boost-Geschichte, das ist so ein kleines Sonderthema von EcoFlow, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Schaut euch einfach die Reviews dazu auf meinem Kanal an, dort erkläre ich das alles. Ja, genau, und schnellladefähig kommt dann auch noch dazu. Nächste Stufe steht jetzt hier ein kleines bisschen auseinander. 1000 Wattstunden, die neue EcoFlow Delta 2. Ja, brauche ich jetzt nicht viel dazu zu erzählen. Hat jetzt einen anderen Formfaktor. Hier sollte man vielleicht auch mal drauf achten. Man hat einige Anschlüsse vorn auf der Powerstation, andere sind wieder hinten dran. Also sollte man sich auch vorher Gedanken machen, wie man die Powerstation verwenden möchte, ob das eventuell zu Komplikationen kommen könnte. Hier ist zum Beispiel auch eine Erweiterungsfähigkeit möglich. Hier an der Seite ist noch ein kleiner Anschluss für einen Zusatzakku. Da kann man aus dieser 1000 Wattstunden Powerstation zum Beispiel eine 2000 Watt Powerstation machen, wenn man noch diesen zweiten Akku oben drauf stellt. Weiterhin App-Steuerung, USB-C, ja. Und hier haben wir auch schon ein aktuelleres Modell von Checkery dabei. Ebenfalls eine 1000 Wattstunden Powerstation, allerdings ohne App-Steuerung und auch noch nicht mit der aktualisierten Akkutechnologie, aber dafür eine wirklich, wirklich leise Powerstation. Ich muss wirklich ganz ehrlich dazu sagen, viele Hersteller bekommen es leider nicht hin, einen leisen Lüfter zu verbauen. Es gibt immer wieder Unterschiede, wann der Lüfter anspringt, wie laut er ist. Bei den aktuellen Ripper-Modellen fängt der Lüfter zum Beispiel auch schon an, wenn eine Kompressor-Kühlbox angeschlossen ist. Bei den größeren Modellen ist der Lüfter bis dahin aus. Und da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede, was das Thema Lüfter angeht. Da müsst ihr euch wirklich meine Reviews, meine Testberichte dazu anschauen. Dort gehe ich immer auf das Thema Lüfter ein. Auf jeden Fall, bei den aktuellen Checkeries kann ich euch definitiv empfehlen, hier werdet ihr keine Probleme mit einer Lüfter-Lautstärke haben. Hier gibt es zwei Größen, einmal die 1000 Wattstunden Checkery Explorer 1000 Pro und sieht genauso aus hier unten nochmal die 2000 Pro. Wie der Name schon sagt, 2000 Wattstunden. Eine wirklich solide Powerstation mit einem klappbaren Griff obendran, alles was man braucht, USB, USB-C, 12 Vollzigarettenanzünder, bis zu 1000 Watt Wechselrichter, da kann man eventuell sogar schon einen kleinen Föhn anschließen oder so einen kleinen Wasserkocher, wie ich hier zum Beispiel habe. Das ist perfekt zum Beispiel fürs Camping. Genau, ansonsten nichts weiter dazu. Keine App-Steuerung, kein Schnickschnack. Das Teil ist wirklich einfach nur da zum Funktionieren. Die letzte Größe, die ich jetzt da habe, sind 2000 Wattstunden. Hier haben wir das aktuelle Modell von Anker, die Anker 767. Hier kann ich euch tatsächlich noch nicht allzu viel dazu erzählen, weil ich hier jetzt wirklich erst ganz, ganz neu habe. Was an der Powerstation auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal auffällt und besonders ist, hier haben wir zwei 12-Volt Zigarettenanzünderanschlüsse dran, was ich persönlich perfekt finde. Ich hatte ganz oft den Fall, dass ich eine Kompressor-Kühlbox angesteckt hatte und möchte aber noch ein weiteres Gerät betreiben, wie zum Beispiel eine Luftpumpe, zum Beispiel um ein Schlauchboot oder eine Luftmatratze aufpusten zu können. Ja, da müsste man dann immer die Kompressor-Kühlbox erst rausziehen, um dann die Luftpumpe einstecken zu können. Ist bei der Anker hier zum Beispiel nicht notwendig. Finde ich cool. Werde ich auf jeden Fall testen, wie sich das Ganze in der Praxis verhält. Ansonsten auch hier wieder USB-C, USB, drei AC-Ausgänge, also 3x230 Volt. Hier auf jeden Fall mit über 2000 Watt, also mit solchen Powerstationen ist dann nahezu alles möglich. Da kann man eine Bohrmaschine anschließen, einen Mixer oder eine kleine Herdplatte unter Umständen auch. Also Dinge, die auch richtig, richtig viel Leistung ziehen, sind dann mit solchen großen Powerstationen möglich. Ein vergleichbares Modell hierzu, seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, steht jetzt hier unten, sieht im Grunde genommen genauso aus wie die EcoFlow Delta 2, heißt in dem Moment bloß EcoFlow Delta Max 2000, ebenfalls 2000 Wattstunden. Hat einen Lithium-Ion-Akku aktuell noch verbaut, hat App-Steuerung, hat alle USB-Anschlüsse, über 2000 Watt Wechselrichter und ist erweiterbar auf bis zu 6 Kilowattstunden. Also man kann noch zwei Zusatz-Akkus oben draufstellen, wenn man das möchte. So, das war jetzt wirklich nochmal ein ganz kurzer Ausblick in die Welt der Powerstationen, denn wenn ich das wirklich jetzt bis ins Detail für jede Powerstation erklären würde, ich würde mir erstens den Mund fußlich reden und ihr würdet vor der Kamera definitiv einschlafen. Ihr habt auf jeden Fall jetzt erst einmal fünf Tipps an der Hand, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch eine Powerstation aussucht. Wenn ihr jetzt noch weitere Informationen braucht, kann ich euch auf jeden Fall meine Webseite empfehlen, www.mr-togi.de Dort gibt es zwei interessante Seiten für euch, einmal die FAQ-Seite, also häufig gestellte Fragen. Dort könnt ihr euch einfach mal reinlesen und euch mal die Fragen durchlesen und das beantwortet schon sehr viel im Vorherein. Die weitere Seite habe ich euch ebenfalls unten verlinkt. Ich habe einen ausführlichen Blogartikel darüber geschrieben, wie man die Leistung von Geräten herausfindet, wie man die Kapazität für eine Powerstation berechnet, die Laufzeit etc. Wie gesagt, unten verlinkt, schaut auf jeden Fall mal rein, das hilft euch schon mal weiter. Und wenn ihr jetzt euch direkt schon mal für eine Powerstation interessiert, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja cool, die große Anker gefällt mir oder die kleine Jackery oder so eine kleine River, dann schaut auf jeden Fall in meine Playlist rein. Wie gesagt, es gibt zu nahezu jeder Powerstation bereits einen Testbericht und schaut euch das ganze Video an. Dort werden garantiert auch noch mal viele Fragen in die Richtung beantwortet. Bei dem ganzen Powerstation-Thema gibt es natürlich noch einen ganz wesentlichen Punkt und zwar ist das das Thema Solarladung. Das habe ich jetzt bewusst hier aus dem Video rausgelassen, ganz einfach aus dem Grund, weil es so komplex ist, dass man daraus ein oder zwei weitere Videos machen kann. Warum ist es so komplex? Tja, weil jeder Hersteller irgendwie sein eigenes Süppchen kocht, es ganz viele verschiedene Modelle gibt, viele verschiedene Adapter, Kabellängen etc. Und da muss ich auf jeden Fall mein eigenes Video dazu machen. Wenn ihr euch darüber trotzdem schon mal informieren möchtet, dann kann ich euch hier oben einmal das Video zum Vergleich meiner Solarpanels empfehlen. Dort habe ich sechs verschiedene Solarpanels miteinander verglichen und da gehe ich auch auch mal ganz kurz auf die Adapter ein. Hier unten habe ich euch die Playlist verlinkt zu den Powerstation-Testberichten. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video geholfen hat. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei einem meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut Leute!